1414 an Nachschubschiff. Kommt, meldet euch Kumpel. Dies ist eine dringende Nachricht von der Suchpatrouille. Bitte Position bestätigen. Empfangt ihr mich? Ich wiederhole. 1414, empfangt ihr mich? Wo zum Teufel steckt die? Das ist ein dringender Nachricht. Was ist passiert? Oh, Frühstück. Oh, jetzt erinnere ich mich wieder. Hey, könntest du das Ding ausschalten? Ich habe einen Garten. Es warten zwei neue Nachrichten. Oh, oh. Das ist Sort, die satirisch berühmte General. Erste neue Nachricht. Ihr verdammten Lahmärsche, wo ist meine verfluchte Lieferung? Sollte schon vor einer Stunde hier sein. Oh, scheiße. Zweite Nachricht. Wenn ich rausfinde, dass ihr euch wieder verpisst habt, rät ich euch in eure Rothärsche. Ihr Hirntoten weg. Wow, der klingt aber stinkig. Wir hätten schon vor einer Stunde da sein sollen. Und was jetzt? Okay, okay. Alles in Ordnung. Überlad deine Schaltkreise nicht. Lass uns einfach weitermachen mit dem Auftrag. Koordinaten rein und los. Das ist aber nicht der Weg ins Roth. Es ist dem, du dummen Backe. Du musst eine In-Orbital-66 links ab und dann eine Nordstreifen. Hey, wer von uns beiden fährt hier? Ich kenne deine ganz prima Abkürzung. Elastas! Auf Wiedersehen.